Was wünschst du dir? Schlager, dann machen wir doch ein bisschen Schlager. Schlager, dann machen wir doch ein bisschen Schlager. Ja, wir sind heute hier in Dolberg auf dem Schützenfest und schon die ersten Streifenwagen sind da. Es kommt von der Band, dieser aggressive Band. Warte, es ist 19.04 Uhr. 19.04 Uhr und es sind insgesamt drei, ne vier Streifenwagen jetzt hier. Die Hundertschaft kommt auch gleich. Tschüss, wir sind in Dolberg in der Nähe von der A2 Richtung Hannover. Ja, wir sind heute zum ersten Mal wieder hier in... Ich habe Zippy gesagt, er muss den Aufsatz aufsagen mit mehr als tausend Wörtern. Ja. Krimier? Mehr als tausend Leute hier rein? Nicht tausend Leute, tausend Wörter. Ach so, tausend Wörter. Das kann dann noch ein bisschen dauern. Das könnte schwierig werden. Aber wo der Zippy gerade da sitzt. Ja. Ich hatte ja gesagt, ich möchte herausfinden, was meine Kollegen unter der Woche so machen. Und jetzt haben wir den Zippy hier. Ja. Zippy macht unter der Woche nur Quatsch. Nein. Wir arbeiten in einer Kunststoffbehälter-Herstellungsfirma als Installateur. Zippy, du sprichst heute so, wie Boris Becker damals Tennis gespielt hat. Stimmt. Kämpft um jeden Satz. Sehr langsam. Stimmt. Stimmt. Aber ich habe auch bis heute Morgen gut getrunken. Was gab es denn zu trinken? Ich weiß dann gar nicht. Apropos trinken. Ja. Prost. Bier. Prost. Nee, immer nur Cola. Cola. Bier und dann... Quatsch als Jägermeister. Die trinkt ja so Jägermeister aus dem Glas. Bier und dann... Ich schätze ja hier auch Cola-Pocken-Trober. Wenn so ein Kram. Komm, sag mal, ob wir so merken. Ja. Na ja, jetzt gehts wieder. Jetzt haben wir gerade was gegessen. Ein Konterbier drin. Und dann gehts, ne? Dann muss es weitergehen. Ja. Dann muss es weitergehen. Dann muss es weitergehen, ne? Also die Halle ist richtig groß. Eben beim Soundcheck hatten wir schon eine erste Tänzerin, die im Ausdruckstanz zu Cordula Grün getanzt hat. Ja. Ausdruckstanz. Genau wie letzte Woche. Und dann kam direkt ihre Pflegerin dazu. Ja. Genau wie letzte Woche. Da war Ausdruckstheater, ne? Wie ist das, ne? Oder wie hieß das noch? Improvisationstheater. Ach ja. Schreibt uns mal in die Kommentare, was macht ihr denn so unter der Woche. Würde mich interessieren, womit ihr eure Zeit so bis zum Wochenende tot schlagt. Ja. Ja. Haut mal raus. Ja. Ich glaub wir bereiten uns so langsam auf das erste Set vor. Ja. Ich überleg mir mal, was gleich kommt. Mhm. Ich hab dir schon den Namen und das Königspaar erfragt. Die heißt nämlich Majestät und Majestätin. Ja. Die müssen wir damit einbinden. Die müssen wir damit einbinden. Hast du das Seil mit, Zip? Ich wollte grad sagen, hast du das Seil mit? Machst du im Baumarsch? Da hab ich immer mit dem Weg. Alles klar. Ich meld mich nach dem ersten Set wieder. Bis später. 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 Darfüsc, Warriors usen. Du hast. Ich hab sie nehmen. Bis später. Ja, das ist ähnlich. Mit schon Angel. So, als Ben ist man ja auch immer ein bisschen Funk-Büro, abgegebenerweise ja ein Handy. Ich schicke da drauf hier. Oh! Ja. Aber bis jetzt hat sich noch keiner so viel kümmert, es abzuholen. Ich muss gleich noch mal durchsagen. Und wie ist die Lage? Ja. Es ist los, ne? Erste Runde. Was meint ihr? Auf der Haben-Seite. Auf der Haben-Seite. Zweite Runde? Ja, ein Set noch und dann reicht. Dann reicht es auch nach Hause. Dann reicht es auch nach Hause. Dann reicht es auch nach Hause. Ich finde noch ein Set und dann sollte ich anfangen. Ja, okay. Was sagst du? Ah, Bier schmeckt. Bier schmeckt? Ja. Kriegt man das hin heute Abend hier? Ich denke schon. So wie immer. Ich glaube auch. Läuft. Ich drehe mich rum. Ja. Ja. Gut gefüllt, oder? Ja. Ich bin so klein. So. Wir starten gleich die nächste Runde und dann gucken wir, was die ausmacht. Und Kede, was sagst du? Geiler Abend. Geiler Abend, ne? Wenn ich mich besser hören könnte. Ja, dann wäre noch besser, ne? Warum bin ich gehörlos? Aber heute Abend echt gute Party hier in Goldberg. Ja, jetzt machen wir so. Gute Party hier in Goldberg. Huh, einmal durchatmen. Ja. Und dann mache ich völlig aus. Und dann mache ich Alarm hier. Und dann denke ich so, Alarm hier mal Feierabend. Aber es war ein super Start in das Schützenfest im Jahr 2019. Ich zog gerne mehr davon. Yeah! Yeah! Wuh! 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 Also das kommt alles bei uns auf den Vlog. Wir haben einen YouTube-Vlog. Ich sehe scheiße aus, aber egal. Also, wir starten gleich die letzte Runde hier in Dollberg. Also bis jetzt war es eine mega Party, fand ich. Es ist immer noch eine geile Party. Und dann machen wir gleich die letzte Runde und dann gehen wir schön ins Bettchen. Ich habe um 4 Uhr Einschluss, ich komme beim Bewährungshelfer. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge beim Schützenfest in Ascheberg wieder. Macht's gut, Leute. Erstmal in Dollberg noch mal weiter Feierabend. Party! Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Doch für heute ist wirklich Schluss. Ich bin bald notice! Aufhören! Puls und